Okay, Freunde, wir gucken uns heute mal an, was die 30 GMs so antworten, wenn man ihnen 50 Fragen stellt über die neue Saison 2024, 2025. Das sind die GMs, die General Manager, die Jungs, die am meisten Ahnung haben sollten von der NBA, was bei anderen Teams abgeht, was bei ihren Teams abgeht, wer die besten Spieler sind, wer die besten Chancen hat auf die Meisterschaft und so weiter. 50 Fragen wurden, wie gesagt, gestellt. Das sind die Rob Pelinkas dieser Welt, die Sam Prestes, die Sean Marks. Man kennt nicht alle GMs so vom Bekanntheitsgrad, aber es sind auf jeden Fall die Jungs, die im Hintergrund das Sagen haben. Und deswegen dachte ich mir, ist das eigentlich eine ganz spannende Liste, die wir mal durchgehen könnten. Also wir gehen mal runter und fangen direkt an. Predictions, which team will win the NBA Finals? 83% sagen die Boston Celtics. By the way, es wurden zwar alle gefragt, es ist aber so, dass sie nicht für ihr eigenes Team wählen dürfen. Weil ich hätte mir gedacht, das ist irgendwie weird, wenn du dann bei den Celtics sagst, ja, safe hätten wir wieder Champion. Also die dürfen nicht für sich selber voten. 83% für die Celtics, nur 13% für OKC, 3% für die Dallas Mavericks. Letztes Jahr waren es wohl Celtics und Nuggets beide gleichzeitig mit 33%. Aber 83% für die Celtics ist schon insane. Also das heißt, die GMs glauben nicht wirklich an so Teams wie OKC, glauben nicht wirklich an die Knicks, glauben nicht an die Mavs beispielsweise. Und dann hast du noch Teams wie die Bucks, Philly und so weiter. Also 83% ist keine crazy. Wir sehen hier aber, dass New York Zweiter wurde, Philly Dritter, Cleveland Vierter, the fuck? Milwaukee Fünfter, Orlando schon Sechster und ich habe hier, achso, sorry, das ist die Eastern Conference. Weil ich dachte gerade, seid ihr am buggen, Alter. Das sind die Rankings, okay. Das hier sind die Finals Chancen und das hier sind die Rankings. Ich hätte gleich das Video verlassen, wenn die mir kommen. Viertbeste Chance auf die Championship hat Cleveland. Okay, von der Tabelle her, Boston, New York, Philly, Cavs, Milwaukee. Das kann ich unterschreiben, weil meine Top 5 sieht auch so aus, vielleicht ein bisschen anders durchstrukturiert. Und Boston und New York habe ich auch ganz oben. Im besten des Ranking haben sie OKC ganz oben. Damit komme ich auf jeden Fall klar. Minnesota an der 2, Denver an der 3. Okay, da frage ich mich, haben die nicht mitbekommen, dass noch einige Deals passiert sind? Weil ich glaube nicht an Minnesota an der 2, nachdem sie jetzt Randall bekommen haben für Cat und wir gar nicht wissen, wie gut sie damit sein werden. Vielleicht schätzen die Randall alle sehr hoch ein, aber mir gefällt das Spacing nicht. Denver überrascht mich auch, weil Denver die letzten zwei Jahre eigentlich nur Spieler verloren. Hat zwar junges Talent, aber dass die jetzt Dritter werden, finde ich auch mutig. Ich habe sie deutlich tiefer in meinem Power Ranking. Ich habe Dallas an der 2. Ich habe Dallas an der 2 in meinem Power Ranking. Wen hatte ich an der 3? Ich glaube, da hatte ich Minnesota. Memphis ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 5. Ja, die könnten sehr hoch gehen. New Orleans, Golden State an der 8. Das ist wild. Golden State an der 8. Ich glaube, ich habe Golden State 9 oder 10. Okay, Players. Who will win the 2024, 2025 Kia MVP? 40% Shea Gilgis-Alexander. Cap. Gehe ich nicht mit. Ich gehe mit Luca. Ich glaube, dass Luca alles haben wird nächste Saison. Vor allem wird er die Bilanz haben. Und wenn er die Bilanz jetzt endlich mal hat in seiner Karriere, dann holt er sich auch den MVP. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das jetzt an Shea gehen sollte. Aber sie haben Shea hier mit dem besten Team im Westen. Macht natürlich irgendwo Sinn. Embiid an der 3, Joker an der 3 und Tatum auch an der 3. Janis, Jalen Brown, Anthony Edwards haben auch alle Prozente bekommen oder Votes bekommen. Letztes Jahr Joker mit 43%. Das heißt, Shea liegt unter dem letztjährigen Gewinner. Letztes Jahr wurde es auch. Wurde es Jokic? Drei MVPs in vier Jahren. Ja, letztes Jahr Jokic, davor Embiid. Okay, if you were starting a franchise today and could sign any player in the NBA, who would it be? Wemby? Ja, musst du nehmen. Also, du hast zwar immer noch leichtes Risiko, dass es jetzt ein One-Hit-Wonder war in der Rookie-Season und dass vor allem seine Verletzungsanfälligkeit sich doch jetzt zeigen wird, weil er halt 3,30 Meter groß ist. Aber so wie er bisher gespielt hat, musst du eigentlich mit Wemby gehen. Das kann ich verstehen. 10% für Shea hätte ich gedacht höher, weil Shea ist auch wirklich eine sehr, sehr sichere Wette. Wundert mich, dass Doncic nur 3% bekommt. Das wundert mich wirklich. Weil Doncic hat gezeigt, dass er ein absoluter Winner ist bisher eigentlich. Das finde ich überraschend. Okay, which player forces opposing coaches to make the most adjustments? Doncic, klar. Curry an der 2, Joker an der 3. Macht alles Sinn. Ja, kann ich so unterschreiben. Which player is most likely to have a breakout season? Jalen Williams. Das geht ja dann fast so ein bisschen Richtung in MIP. Jalen Williams hat sicherlich alles, um bei den Funder eine starke Saison zu spielen, hat aber auch eine Menge Konkurrenz. Also wenn das so in Richtung MIP geht, dann sehe ich tatsächlich eher Jalen Johnson vorne von den Hawks oder ein bisschen Geheimtipp Christian Brown, der eine Menge Minuten bekommen wird jetzt, wo KCP weg ist in Denver und der, glaube ich, auch so ein bisschen einfach zum Playoff-Spieler gemacht werden muss über diese Saison, auf den du dich richtig verlassen kannst. Deswegen, ich glaube, dass Christian Brown da sehr, sehr weit oben steht. Evan Mobley gefällt mir auch. Ja Morant sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir wissen schon, was Ja ist. und Breakout-Season Wemby ist ja eigentlich logisch, dass das passieren wird. Okay, who's the best Point Guard in die NBA? Luke an der 1, Shea an der 2, Steph an der 3, Brunson an der 4. Ich glaube, damit sind wir alle cool. Beste Shooting Guard and über Booker und über Shea? Haben die Shea zweimal? Shea ist ein Point Guard für mich. Shea ist kein Shooting Guard. Ich hätte Shea als Point Guard abgestempelt und Curry ist für mich auch ein Point Guard. Die haben hier die ganzen Guards zweimal, okay. Aber ich gehe damit. Ant und Book sind wahrscheinlich. Wobei, Jalen Brown. Aber wenn ich alle drei vor mir hätte. Boah, ich glaube, ich würde Jalen. Jalen ist so tough, weil du einfach nicht weißt, was ist er ohne Tatum? Ähm, nee, ich bin gut damit, aber ich habe das Gefühl, wir sollten Jalen Brown noch ein bisschen Props geben. Letztes Jahr, by the way, Booker gewonnen. Who is the best small forward in the NBA? Jason Tatum. Da haben sie jetzt auch wieder Donchich. Also das ist irgendwie scheiße, dass sie da diese ganzen, ich muss mich ein bisschen weiter zurücklehnen. Sonst bin ich die ganze Zeit so in dem, so in dem Ding verschwunden. Also, sie haben Tatum an der 1 als besten Small Forward vor Luca. Was Quatsch ist. Durant. Ist für mich auch mehr ein Power Forward. LeBron ist mehr ein Power Forward. Okay, ich gebe es Tatum. Best Power Forward in der Liga ist Giannis. 100% gehe ich mit. Bester Center ist Jokic. Klar. Highest percentage of total votes and position questions. Also, okay, da hat Jokic gewonnen. Offseason Moves. Which team made the best overall moves des Offseason? Ja, musst du OKC geben. OKC war schon so ein Top-Contender einfach. Und dann schaffen sie es, irgendwie Isaiah Hartenstein und Alex Caruso zu holen. Der Einzige, der nicht in ihrer Rotation letztes Jahr wirklich funktioniert hat, war Josh Giddey, weil die Rolle nicht wirklich für ihn da war. Und den tauscht du 1 zu 1 für Caruso. Ist insane. Also, das war eine Masterclass. Und da hat Sam Presti auch gerne für sich selber voten können in OKC. Philly an der 2 macht Sinn, weil sie an Paul George gelandet und viele, viele gute andere Spieler. New York stark. Ich bin nach wie vor dabei, dass die Bucks letztes Jahr oder im Sommer wirklich gut sich verstärkt haben, ohne viele Möglichkeiten. Which one-player acquisition will make the biggest difference? Paul George in Philly, Mikel Bridges in New York, Towns in New York, Caruso in OKC. The biggest impact macht wahrscheinlich schon Paul George, ja. Weil Mikel ist ein Roleplayer. Paul George wird in Philly den großen Unterschied machen. Ja, du hast letztendlich statt Tobias Harris jetzt Paul George. Und das macht einfach einen gigantischen Unterschied. Ich mag die anderen Takes auch alle, aber ja, es macht schon Sinn. PG. What is the most underrated player acquisition? Alex Caruso in OKC. KCP in Orlando, das finde ich wiederum sehr stark. Hartenstein in OKC. Tyus Jones in Phoenix wäre mein Pick. Tyus Jones in Phoenix wäre mein Pick, weil ich finde, das macht sie zum Championship Team. Und ich weiß, dass ich da sehr optimistisch unterwegs bin, aber ich glaube wirklich, dass Tyus der Number One Guy ist, der das Team komplett verändert. Du kannst auch ein Case machen für Chris Paul. Weil Chris Paul zusammen mit Wemby ist natürlich auch insane. Wir gehen weiter. Which team will be most improved? Die Grizzlies, ja, sehe ich ehrlich gesagt auch. Mein zweiter Pick sind die Pistons. Die haben hier unten ein paar Votes wohl bekommen, aber nicht genug. Für mich sind es auf jeden Fall die Pistons. Ich glaube, dass die sich richtig stark verstärken werden. What was the most surprising move of the offseason? Towns most surprising? Ja, 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 ja. Also Towns zu New York war sehr surprising. Ich sehe hier unten Danny Avdia to Portland und Tyus Jones zu Phoenix. Das sind natürlich viel kleinere Namen, deswegen hat es auch weniger Leute gejuckt. Trotzdem finde ich den Trade nach wie vor insane von Washington, dass sie Avdia hergegeben haben und gleichzeitig, dass Tyus Jones abgehauen ist für drei Millionen. Das ist irgendwie auch crazy. Deswegen die beiden sind auch überraschend. Clay to Dallas war überraschend. Es waren viele überraschende Trades, ehrlich gesagt, oder Signings. Aber Towns zu New York kam aus dem Nichts, muss man schon sagen. Who will win Rookie of the Year? Reed Shepard, Cap. Kompletter Bullshit. Reed Shepard bekommt die Minuten nicht in Houston. Ich sehe nicht bei so viel jungem Talent, wo jetzt auch noch Reed Shepard so viele Minuten und Würfe herbekommen soll, dass er Rookie of the Year wird. Nee, das sehe ich gar nicht. Du musst mit einem Spieler gehen, der Minuten bekommt, der Würfe bekommt und der eine klare Rolle hat und im besten Fall niemand vor sich hat auf der Position. Deswegen ist so jemand wie Zach Eadie ein sehr guter Bett. Also eine sehr gute Wette. Stefan Kessler ist auch Quatsch, weil der wird überhaupt nicht die Zahlen haben. Der wird gut sein, aber der wird nicht die Zahlen haben. Ich mag den, aber der ist eher ein Defender als irgendwas anderes. Alex Saar in Washington ist noch ein guter Pick. Rizaget an der Eins gedraftet. Glaube ich, hat keine Chance. Einfach, weil der Junge hinter Jalen Johnson und DeAndre Hunter spielt. Und ich glaube einfach nicht, dass er da auf Rookie of the Year-Minuten kommt und Würfe. Which Rookie will be the best player in five years? Wieder Reed Shepard, okay. Da sehe ich es ein bisschen eher. Stephon Castle. Alter, die fühlen ja alle hart Castle, die GMs. Bob Carrington, wirklich. Über ihn haben wir neulich geredet bei Washington. Aber wirklich, Bob Carrington, der beste Spieler in fünf Jahren. Seid ihr am buggen? Hmm. Boah, das ist interessant. Also Castle hätte ich da gar nicht jetzt gehabt. Wobei doch, wenn Castle sich offensiv entwickelt, ist er wirklich stark. Was mit meinem Jungen Caleb Williams? Keine Liebe für ihn? Kein einziger Vote? Ne, sehe ich nicht. Dort ein Kinect? Ne, glaube ich nicht. Der Beste aus der ganzen Gruppe. Es könnte schon Reed Shepard sein. Ich glaube, dass sein Game wirklich gut ist. Er bekommt nur einfach die Minuten, nicht bei Houston, sage ich. Rob Dillingham. Keine Liebe für meinen Jungen Rob Dillingham. Das ist ja krass. Okay. Which rookie was the biggest steal at where he was selected in the draft? Digga, die lieben Bud Carrington. Das ist ja krass. Devin Carter ist stark. Ja, gebe ich. Dort ein Kinect. Fand ich auch sehr spät an der 17. Terence Shannon Jr. Habe ich gar nicht mitbekommen an der 27. Nikola Topic. Das wäre mein Pick. Die Thunder haben Nikola Topic gedraftet, der jetzt erstmal nicht spielen wird, weil er verletzt ist. Aber ich glaube, dass der am Ende ein sehr, sehr guter Pick sein könnte. Vielleicht sogar der beste Spieler aus dem Draft. Vielleicht auch ein Buzz. I don't know. Aber ich glaube, von dem, was ich gesehen habe in dem, es gab nicht so viel Material, glaube ich, über ihn beim Draft. Aber was ich mir so angeschaut habe, dachte ich mir, ey, das ist ja ein überragendes Talent. Und der wird jetzt droppen wegen Verletzungen. OKC schlägt dazu. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht am besten altert. Bud Carrington oder Bob Carrington muss ich mir scheinbar nochmal genauer angucken, dass die denn so fühlen, OKC. Who is the best international player in the NBA? Jokic. Logisch. Der hinter Doncic, der hinter Wemby. Keine Erwähnung von unserem Boy Franzi. Aber ja, er ist noch nicht bester Spieler. Er ist weit davon entfernt im Moment. Aber er verdient gut. Jokic, Doncic, Wemby. Ja, was geht bei euch so ab? Wo ist Janis? Also stellen wir jetzt Wemby über Janis? Das finde ich ein bisschen crazy. Gib mir Janis Minimum auf der 3, wenn nicht auf der 2. Also eins von den beiden, aber Janis muss da mit drin sein. Und Embiid auch. Die haben mehr bewiesen als Wemby bisher. Who is the best international player not in the NBA? Ah krass, die haben Bobby Kjörn hier falsch geschrieben. Schlimm Spaß. Sascha Visenkov, ist es nicht crazy, dass er die meisten Votes bekommt? Er dann aber ein Spieler war, der sich nicht durchgesetzt hat in der NBA. Das ist so heftig. Das siehst du auch immer bei Mietzic und so. So diese Jungs, die so krass zerstören auf europäischem Niveau. Und auch bei Weltmeisterschaften und Olympia denkst du dir so, ey, warum ist der nicht in der NBA? Und dann gehen die in die NBA und es ist like, ja, die sind bestenfalls Rollenspieler. Also die beste Variante von sowas ist ja dann schon Bogdanovic, also Bogdan Bogdanovic. Und, ey, sorry, Bogi überragend, der würde die Euroleague auseinandernehmen. Der ist ein Roleplayer in Atlanta bei einem schwachen Team. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die, dass die anderen Teams die Tür einrennen bei Atlanta und sagt, lass den mal unbedingt traden. Das ist schon echt krass, wie hoch dieser Drop nochmal ist zwischen International und NBA. Who is the best defensive player in der NBA? Alle geben es Wemby. Ich finde es gut, dass Adebayo, Gobert gleich dahinter kommen. Das ist auf jeden Fall richtig. Shoutout an meinen Mann, Herb Jones. Dankeschön. Herb Jones bekommt immer viel zu wenig Liebe. Dankeschön, dass er mit drin ist. Drew ist klar. Jan ist klar. AD klar. Caruso, McDaniels, sehr, sehr wichtig. Marcus Smart hat letztes Jahr gar nicht gespielt. Das ist ein bisschen drüber, finde ich, weil Smart hat letztes Jahr nicht gespielt. Der ist mittlerweile viel verletzt, ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob wir Smart da noch mit auflisten sollten, aber McDaniels feiere ich hart. Herb Jones freue ich mich richtig, dass er mit drin ist und die anderen gehen auch alle klar und dass man Wemby die Nummer 1 gibt, liegt einfach an seiner Länge und dass du gegen den Jungen halt nicht scoren kannst. Who is the best per... Per... Ich hab's zu sehr deutsch drin, weil wir immer Perimeter sagen im Pod. Perimeter, Defender in der NBA, Drew Holiday gehe ich sofort mit. Holiday ist der Beste. Mich wundert's ein bisschen, dass Derek White hier unten nur bei den ganz wenigen Boats auftaucht. Letztes Jahr, by the way, hat auch Drew Holiday gewonnen. Ich würde's wieder Holiday geben. Again, viel Liebe für Herb Jones, feiere ich, weil der Junge ist ein Biest. Lou Dort ist ein Biest. Ja, kann ich mit allen leben. OG fast ein besserer Big-Verteidiger im Post wie der Jaden McDaniels. Ja, Shoutout. Okay, who is the best Interior Defender? Ja, da geben sie's wieder Wemby. Okay, das ist logisch. Who is the best Versatile Defender? Giannis, gehe ich gerne mit. Ja, Giannis, OG, Wemby, Bam. Wemby ist halt sehr hoch dafür, dass er erst ein Jahr gespielt hat, aber ich glaube, wir projizieren alle in der neuen Saison, dass er einfach ein Monster sein wird. Deswegen gehe ich mit. Which is the best Defensive Team in der NBA? Die Celtics, die Wolves, die Thunder. Ich glaube, dass die Thunder sehr eklig werden in der Defense, aber ich habe noch ein Team. Warte mal, es gibt doch noch ein Team in der NBA gerade. Ja, die Knicks, die Knicks werden ziemlich hart, wobei die haben Brunson und Towns die meiste Zeit auf dem Feld, das ist dann vielleicht nicht so geil. Was mit den Wolves? Die Wolves sind defensiv sehr stark, aber ja, es geht wahrscheinlich in Richtung Thunder, die Pels, Pelicans könnten eigentlich sehr stark sein, defensiv oder so. Es gibt ein paar gute Defensive Teams, aber ja, du musst wahrscheinlich schon die Celtics irgendwie an die Eins packen. Komme ich mir klar? Wolves an der Zwei, okay, sie an der Drei, okay, dann passt es ja. Who's the best Head Coach? Eric Spolstra, Mark Vagnall, Steve Kerr. Ja, Coaching, Alter, Coaching ist immer so ein schweres Thema, weil zeig mir einen Coach, den du magst bei einem schlechten Team. Wirst du nicht finden. Du wirst nie sagen, weißt du, wer ein geiler Coach ist, der Dude, der die Wizards coacht. Sagt kein Mensch. Und wenn jetzt Spolstra gerade bei den Wizards wäre, wären sie dann besser? Nein, weil sie sind ein Tanking Team, die sind einfach schlecht. Aber Spol ist sicherlich einer der besten Coaches. Ich glaube, das kann man schon sagen mit dem Spielermaterial, was er jedes Jahr zu guten Teams macht. Und ich glaube, der einzige Coach, der zweimal in diesem Jahrzehnt in den Finals war. Gibt es, oder? War noch jemand zweimal in den Finals? Ne, Masula war, boah, war das beide Male Masula oder nicht? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Celtics waren auf jeden Fall zweimal auch in den Finals. Okay. Which Head Coach is the best manager and motivator of people? Okay, das sind ja voll die Quatschfragen. Which Head Coach makes the best in-game adjustments? Tai Lu? Okay. Also, ich weiß, dass Tai Lu dafür bekannt ist, deswegen ja, geben wir ihm mal. Aber ich persönlich, ich gucke Basketball seit über 20 Jahren. Ich spiele selber seit weit über 25 Jahren. ich habe noch nie wirklich diesen Impact von Coaches so krass gemerkt und auch mit Adjustments und so. Letztes Jahr habe ich angefangen wirklich darauf zu achten in den Playoffs, so was wird wie für eine Offense und Defense gespielt und wie gleicht sich das dann aus oder wer hat dadurch den Triumph über den anderen? So habe ich echt versucht, mich reinzuarbeiten und ich bekomme da einen besseren Blick dafür, aber ich habe dieses ganze Coaching-Thema immer ein bisschen für mich persönlich einfach nie als so super wichtig gesehen. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch, weil viele historisch gute Teams hatten historisch geile Coaches offensichtlich. Okay, bester Offense Rick Carlyle, ja, das wird auch so bleiben. Which head coach has the best defense schemes? Apparently Spolstra und Chris Finch. Okay, ich spreche, ich bin hier alles. Which new or relocated coach will make the biggest impact? Der motherfucker hier. JB Bickerstaff in Detroit, you heard it here first. JB Bickerstaff in Detroit wird zerreißen, glaub mir. Who is the best assistant coach? Okay. Which active player will make the best head coach someday? Chris Paul, save. Which team is the most fun to watch? OKC. OKC by far, nicht die Pacers. OKC. Which team has the best home court advantage? Denver. Offensichtlich, was preach ich immer? Fucking Denver, weil es 8000 Meter über dem Meeresspiegel liegt und weil da die Luft dünn ist. Denver ist tough. Von den Fans her ist sicherlich Boston und New York sehr, sehr stark, aber Denver ist tough. Which team will have the league's most efficient offense this season? Ja, ich hätte Pacers gesagt tatsächlich. Most efficient? OK, ich hätte Pacers gesagt, die werden die beste Offense haben. Which teams level of success this season is toughest to predict? Die Lakers, die Rockets. Toughest to predict finde ich Phoenix. Phoenix, weil Phoenix ist für mich zwischen Play-in-Team und Championship, ganz ehrlich. Die können alles haben und alles machen, deswegen ich glaube, Phoenix packe ich da an die 1. Which team has the most promising young core? OKC by far. Orlando, Shoutout. Franzi und Benquero und die ganzen anderen Jungs. Which player is the most athletic? Ja, kann man immer überlegen, was bedeutet Athletik, aber Ant ist schon ein guter Pick. Ich hätte ehrlich gesagt Jha gesagt. Ich finde Jha ist athletisch und akrobatisch am stärksten. Jhanis ist halt ein Biest und Monster, aber reine Athletik würde ich Jha nehmen. Best pure shooter? Steph Curry. Ja, also das ist überhaupt eine Frage. Which player is the fastest with the ball? De'Aaron, Jha, Maxi, Kyrie. Ja, give me De'Aaron, save. Which player is the best at moving without the ball? Curry. Okay, das sind ja fully Billow Fragen alles. Which player is the best passer? Joker? Halley? Halley ist ein guter passer. Halley ist wirklich ein guter passer. Donchic ist ein guter passer. Ich denke, sie geben es Jokic, weil er auch der beste Spieler ist aktuell, aber ich finde, Donchic und Halley sind nicht weiter hinter. Und, Shoutout, Josh Giddey. Which player is the best leader? Woran macht ihr das denn fest? Erlebt ihr die alle jeden Tag im Lockerroom? Ich hätte jetzt gedacht LeBron. Ich hätte gedacht LeBron und Curry. Bronson, keine Ahnung, wie der im Lockerroom ist. Drew Holiday, keine Ahnung, wie der im Lockerroom ist. Also, gib mir Curry, gib mir LeBron, gib mir Chris Paul. Versatile Player, Most Versatile Player, ja. Ich hätte wahrscheinlich KD gesagt, aber KD ist schon ein bisschen älter jetzt. Ich komme mit Janis klar, aber Janis kann nicht wirklich werfen, deswegen ist er dann wirklich Most Versatile, das ist irgendwie Bullshit. Zwischen LeBron, nein, es ist eigentlich LeBron, was labere ich. LeBron ist der vielseitigste Spieler ever. Gib mir LeBron. Which player is the best Basketball IQ? Ich hätte LeBron gesagt, wenn du Joker sagst, ist cool, wenn du Chris Paul sagst, ist cool. Wenn du Doncic sagst, ist von mir aus auch gut, aber Doncic geht mir zu auf Hero Ball. Ja, ich glaube, ich hätte Halley und Doncic noch nicht auf der Liste. Sie sind überragend, aber ich hätte sie nicht über Jokic, LeBron und Chris Paul. Which player would you want taking the shot with the game on the line? KD. KD, weil KD über jeden drüberwerfen kann. Curry ist super stark, gar keine Frage, aber ich hätte lieber KD. Und KD ist fucking effizient. What rule regarding play, schedule, draft, lottery, playoff format, bla bla bla, most need to change? Haben sie alle keinen Bock auf die second apron? Ja, das kann ich verstehen. Die haben alle keinen Bock, dass ihre Roster sich verändern oder dass sie bestimmte Sachen, Verträge nicht mehr unterschreiben dürfen, wenn sie über die Luxussteuer drüber kommen. Ja, das kann ich verstehen. Schedule fewer games, sagen zwei, also es ist am 2, Nummer 17. Okay, Game Flow, Playoff Format, okay, Free Agency before the draft, das ist bescheuert. Hat das einen Sinn? Free Agency before the draft? Nee, finde ich nicht gut. Ja, aber dass sie alle apron rules sagen, das ist funny. Okay, das war es scheinbar. Das waren scheinbar alle 50 Fragen, die wir jetzt hier gemacht haben. Schauen wir mal, wie wir durchgezogen haben. Das habe ich gar nicht erwartet, dass wir das machen würden. Tatsächlich, ich würde sagen, es gibt so ein paar Gewinner, also Jokic ist auf jeden Fall krass abgefeiert, Wemby ist sehr, sehr hart abgefeiert, du hast die Warriors, nee, Curry hat eine Menge Love bekommen, ich glaube, Doncic war gefühlt bei jeder Liste entweder Platz 2 oder Platz 3, du hattest viel Liebe für OKC, viel Liebe für Boston, das macht aber halt auch alles Sinn, weil wir gucken ja auch alle den ganzen Tag Basketball und wir wissen, wie einflussreich diese Spieler sind und wie stark diese Roster gerade bei den Celtics und bei OKC zusammengestellt sind. Ich glaube, wir sind alle damit cool, dass OKC den besten jungen Chor hat oder dass OKC sehr gute Playoff-Chancen nächstes Jahr hat, dass die Celtics aktuell wahrscheinlich das beste Championship-Team haben von allen Contendern. Das heißt nicht, dass New York sie nicht schlagen kann, das heißt nicht, dass Dallas sie nicht schlagen kann oder OKC, wobei OKC schon echt ein Reach wäre, wenn die gleich in ihrem ersten großen Jahr zusammen in die Finals gehen, aber ich mache heute, ich muss heute wieder einiges vorproduzieren, ich muss ja fertig werden mit diesen 30 Teams in 30 Tagen und ich habe auf jeden Fall noch OKC vor mir, es sind nicht mehr viele, aber ich habe noch OKC vor mir und die ganze Zeit vor dem Video denke ich gerade, dass ich da eigentlich nur reingehe und sage, ey, gestackteste Team der NBA, was soll ich euch sagen, so Lock für die 1 im Westen und wie es in den Playoffs läuft, müssen wir dann aber halt gucken, weil eben dann doch sowas wie Erfahrung manchmal mehr zählt und da würde ich ehrlich gesagt dann doch mehr auf die Celtics zum Beispiel setzen oder auch ein Team wie New York, wenn die in den Finals of OKC treffen, zumindest jetzt vor der Saison, lasst uns erstmal eine ganze Saison gucken und wenn wir sie dann ein Jahr gesehen haben, dann ändert sich vielleicht meine Entscheidung nochmal. OK, Freunde, das war es von mir, wir waren mal kurz GM, war eigentlich ganz cool, ich würde sagen, bis Frage 20 und dann wurde es ein bisschen langweilig, aber wir haben es gut durchgeballert. Heute um 14 Uhr kam schon wieder ein Teamcheck, ich glaube, heute ist Detroit dran, ich habe es schon vorgeplant, ist schon drin, ich meine, heute ist Detroit und ja, ey, danke für den Support, wir machen diese Videos gerade mega Spaß, ich bin nächste Woche nicht hier, deswegen nächste Woche werden nur die Teamchecks kommen, keine zusätzlichen spontanen Videos wie jetzt das Netflix-Video gestern oder das größte Verträge ever oder ich habe noch ein zusätzliches Video gemacht, also solche Videos können jetzt nächste Woche nicht kommen, weil ich nicht hier bin, aber zum Saisonstart bin ich wieder hier, die Woche vom 21. da bin ich wieder hier am Start und da machen wir hier genauso weiter, weil wir machen, wir machen diese Ancut-Videos ultra Bock und KBJ-Show kommt dann zurück, sobald die Saison wieder richtig läuft. Ich habe ein paar Mal überlegt mit Pre-Season, ich habe sogar mal eine Aufnahme angefangen mit Pre-Season-Games und ich kriege mich einfach nicht dazu, das zu mögen. Es ist einfach lauwarmes Leitungswasser im Vergleich zu geilem Sprudel, nicht Sprudel, geilem stillen Wasser aus deinem Kühlschrank, deswegen nee, ich führe Pre-Season nicht aber ich fühle die NBA-Season und sobald die in zwei Wochen anfängt, ballern wir wieder durch. Okay, Freunde, das war's von mir, danke für den Support und wir hören uns morgen wieder um 14 Uhr mit dem nächsten Team-Check, bis dahin, haut rein, Peace!